Sie sind dumme Jungen. Sie denken, in diesem Krieg kämpft Tamsom mit Schild, Schwert und Spell gegen David mit seiner Schleuder. Sie wissen nicht, dass Krieg heute ein Wettstreit der Schornsteine ist. Ein Kampf von Treibrad und Maschine, von gesplittertem Stahl und giftigem Gas in geschmolzenen Lungen. Als wir diesen Graben anlegten, gruben wir nicht nur Erde aus, sondern Beine, Arme, Schädel, Helme und all die Trümmer dieses mächtigen Ringens. Das ist die Realität, der wir uns heute stellen müssen. Defense, in depth. Let them come. The enemy has reached the final objective. Yes, Kalichon! Hier, Polizio! Hier, Mosk... We are losing objective button. Polizio! Polizio! Was für sie? Die hat. Oh, sieh! Was für sie? 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 Wir haben keine Angst. Wir liegen gegen sie. Was für sie mich? Hat jemand Munition bestellt? Granate ist raus, hoher Zug! Hier, frische Munition! Hier, Munition! Hier, Munition! Ich mach für Munition. Munition, greif zu. Ich werfe die Granate. Hier, ich hab ein bisschen Munition übrig. Return to the Combat Area. Munition, hier! Wir sind auf den Objektiven Beziehung. Sie sehen, wir sind nicht so entdecken. Wir verlieren Objektiv Bhatta. Halt! We are losing objective apples. Let's go. Half of the enemy forces have gone. 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 Das war's für heute. Was ist das? Ja, man, it's y'all. Hier, munition! Waut jemand munition? Nervous! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Achtung. A flametrooper kit is available near your location. Return to the combat area. 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 Again, we stopped the American attack. Crippled their numbers significantly. Aber diese Daring-Fools werden nicht weiterhören, bis sie alle sterben sind. Also vorbereiten Sie sich für ihre letzte Attacken. Der Feind wird mit einem Heirschiff verabschieden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 We are losing objective outlaws. Let's go! Der Friedensturm ist jetzt hier neben dem Meeress River. Der Friedensturm ist jetzt hier, aber wir leben, wir leben, um wieder zu kämpfen. In der Argonne Forest, wir werden niemals broken sein. Die Deutschen benutzen die Taktik der Defensers in Depth, um die Angelegenheit zu machen, um die Angelegenheit zu machen, um die Angelegenheit zu machen, um die Angelegenheit zu machen. Die Angelegenheit in der Argonne Forest, unabhängige Angelegenheit zu den Angelegenheiten, die Angelegenheit zu haben. Es heißt, der Krieg ist bald vorbei, aber dieser Gedanke fühlt sich so unwirklich an. Wir kämpfen nun schon seit vier Jahren an dieser Front. Die einzige Wirklichkeit, die wir kennen, ist der Tod. Die meisten von uns haben längst vergessen, dass es da draußen eine Welt gibt. Wenn wir versuchen, uns mit Geschichten aus der Zeit vor dem Krieg aufzumuntern, können wir kaum glauben, dass diese Geschichten wahr sind. Nein, ich glaube nicht, dass es hier endet. Nicht in diesem Wald, nicht heute. Wir haben keine Furcht mehr in uns. Reconnaissance suggerst, dass die Ritz-Bunker sein wird, der Punkt der Angelegenheit zu sein. Also seid bereit, um sich zu schützen. Wenn wir diese Position verlieren, füllen wir sofort nach dieser Brücke auf der Hellfire Junktion und behalten die Linie. Sie wollen die Torsten der Alb-Bunkerinnen ausnehmen. Sie wollen die Flüchtlinge zurückkommen. Sie wollen die Abbey-Winne die passage nach dem Weg. Sie wollen die Flüchtlinge auswählen. Sie wollen die Flüchtlinge auswählen. Sie wollen die Flüchtlinge auswählen. Wir verlieren die Exkeptanteilung. Rennert, hör raus! Rennert, hör raus! We are losing objective butter. Reise, reise, reise! Konnition, Kraft 2! Reise, reise, reise! Reise, reise, reise! We are losing objective butter. We are losing objective butter. We are losing objective butter. Reise, reise, reise! Go! In the game! Was ist das? We have lost the sector. We are losing objective hours. Do you have any munitions? Komm, es steht! Vorsicht zu uns, ich habe eine Granate! Hier, Polizia! Hier, Polizia! Hier, ich habe ein bisschen Munition gebrechen. Hier, ich habe ein bisschen Munition gebrechen. Hier, ich habe ein bisschen Munition gebrechen. Hu, ich habe ein bisschen den Gewohnen. Hier, ich habe ein paar Schlagze. Hier, ich habe ein paar Schlagze. Jetzt müssen wir uns dann machen. Hier, ich habe einen uhlangen. Ich bin nur ein paar Schlagzeichen. Halt! Halft of the enemy forces are gone. We have pressure on each other! We are losing objective butter. No, no, no! No! Halt! Halt! Oh! Ah! We are losing objective apples. Was für Munition? Wir haben Munition für dich. Wir haben Mücke, denn wir werden uns nicht für die denn die Arbeit gewartet. Wir gehen ab. Wir werden uns nicht gleich. Wir werden uns nicht einfach überprüfen. Wir werden uns nicht mit dem Rennen & Rettung verlet separatmen. Wir werden uns nicht nakizt. Wir werden uns nicht wieder verleten. Wir werden uns nicht wiederます. Da muss jemand munition! Munition, hier! Hier, munition! Die Abonnentung! 50 Attacker remain. 20 Attackers remain. Hat jemand Munition bestellt? The Americans have been stopped. The Hindenburg line is secure. We can now negotiate a truce on equal terms. Let this mark the end of slaughter. The end of damage. The end of damage. The end of hate. One can only speculate what might have happened if the German army had successfully defeated the Meuse-Argon offensive. After four years of war, the will of the German people was breaking and its empire collapsing. With American troops still arriving in Europe, an allied victory would still have been likely. One can only Dragon... Untertitelung des ZDF für funk, 2017